so hallo und herzlich willkommen zurück bei brothers a tale of two suns beim letzten mal hat sich das spiel aufgehangen scheinbar und jetzt wollen wir mal schauen ob wir an dieser stelle weitermachen können die wir hinten wieder hier als die spinne gestorben ist und wir schwer verletzt sind die bricht jetzt gleich wieder in die hülle das sieht schon besser aus als letztes mal so 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 nicht sterben aber die lauer ich glaube wie bekommen wir das mittel für unsere frau ja wie das jetzt wohl besorgen lauf mein junge das mensch jetzt scheinbar durch den baum kämpfen in nach außen von außen nach innen immer weiter hoch ich hoffe ich bin hier richtig dran aber es sieht nicht schlecht aus ist ein mysteriöse brunnen und die flasche füllen und dann mit einem verletzten die komplette strecke weg wieder zurück als nächstes dieses let's play wird bestimmt 500 parts lang scheinbar kann ich da gleich wieder runter und zumindest hier eine abkürzung ab geht die wilde luci ist sie jetzt schon tot ab 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 Maja! 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 Ich hab... ... jede Hilfe ist zu spät. Maja! 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 Die Reise, um mein Leben zu retten, hat eines gekostet. Wird jetzt Abschied genommen. Ich muss ihn jetzt persönlich zugraben. Ich muss ihn jetzt wiederholen. Wenn wir daran denken, die nächsten Monate wieder von Morden zerfressen werden. So, wie der langsam verschwittert. Alles nur, weil wir diesem Succubus gefolgt sind. Das war doch so offensichtlich, der hatte so übermenschliche Kräfte. Letzter Haufen. Musik Oh! Das ist doch noch die Abkürzung. Ich dachte, die Katze wäre tot oder die Eule oder was auch immer es ist. Das ist doch noch die Abkürzung. Das ist doch noch die Abkürzung. Schnell zu unserem Vater. Hier überstocken. Ich bin übersteiner, brich dir aber nicht das Bein. Auch noch ein Kackwetter. Hier leite mich übers Wasser. Abkürzung. Komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Was ist da jetzt rüber? Komm, jetzt rüber. Komm, jetzt rüber. Komm, jetzt rüber. Komm, jetzt rüber. Komm. Komm, jetzt rüber. Komm, jetzt rüber. Komm, jetzt rüber. jetzt wieder langsam erwachsen jetzt schnell dem vater das gegenmittel geben beziehungsweise von der Alkoholzug teil ich hoffe das heißt es wirkt so so hat das spiel begonnen wir haben einen menschen verloren jetzt haben wir schon zwei verloren beziehungsweise nicht zwei verloren oder doch die mutter und den bruder aber der vater scheint gerettet ich glaube der steht da auch links suchen wir mal schnell nur zwei grabsteine ich glaube der steht da auch ich glaube der steht da auch das eigene leben gerettet aber zu welchem preis das war's also ich möchte mich bedanken dass ihr mich auf der reise begleitet habt war ein schönes spiel manche momente mit den riesen und auch die tiere unter dem wasser manche sachen waren echt beeindruckend die spielmechanik war auch mal etwas anders mit einem controller zwei charakter spielen auch wenn ab und zu etwas verwirrend auch wenn es eben nicht so lang ist eine empfehlung wird zumindest mehr als rambo der video game dann schauen wir mal was wir als nächstes für ein spiel ausgraben und spielen und ich hoffe ihr werdet mich wieder auf einer epischen reise begleiten also bis zum nächsten mal tschaußen 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 tschaußen